Neue Aufnahmesession hier bei Minecraft. Ihr habt ja geschrieben, dass wir ein paar mehr Folgen aufnehmen sollen. Wir arbeiten dran. Nico ist ein bisschen verschnupft, aber ich denke mal, er reißt sich hier zusammen. Denn wir haben uns heute was überlegt, dass wir diese Auf-Auch-Aufnahmesession hier einfach mal mit so einem kleinen Ziel angehen. Unser Ziel wird es sein, dass wir umziehen. Wir haben es ja wirklich eigentlich gleich in der ersten Aufnahmesession nach unserer kleinen Winterpause wieder bestens bewiesen, wie kreativ wir sind. Und dementsprechend hatten wir jetzt auch hinter den Kulissen ein bisschen gesucht, ob es da nicht irgendwie professionelle Hilfe gibt, um dagegen anzugehen. Und da haben wir ein kleines Dorf entdeckt und da ziehen wir heute hin. Die Koffer, die sind noch nicht ganz gepackt. Ein bisschen müssen wir noch mitnehmen. Das, ja, ihr seht es, hier oben haben wir ein Dach draufgesetzt. Hier unten hatten wir auch ein bisschen Lava gefunden. Lava gibt es aber auch beim Dorf, also von daher wird das jetzt nicht allzu tragisch sein. Das Bettchen, das kommt auf jeden Fall mit. Und dann, ach Nico, Nico ist auch dabei. Nico, auch schon dabei. Ja, moin. Moin. Genau, jetzt waren wir hier so mit der Einleitung beschäftigt. Nikos Feld, das kommt natürlich auch größtenteils mit, wobei die Bauern dort vor Ort haben auch schon für Nahrung ein bisschen gesorgt. Was, was nehmen wir auch noch alles? Ich weiß gar nicht. Ach komm, packen wir hier alles rein. Wir haben in unserem Inventar ja noch ein bisschen Platz. Shit. Pass auf, pass auf, da ist eine Lücke unten. Nicht reinfallen, ne? Ich hab's gesehen. Okay. So. Loll. Sehr schön, nimm mal den Ofen mit. Ich hab das Gefühl, da war noch Glas drin. Okay. Hopps, so. Da war noch Glas drin, alles wurde da gefallen. Shit. Egal. Wir ziehen jetzt um. Ach genau, die Schneemänner kennt man ja auch noch gar nicht, ne? Die haben wir eben auch gemacht mit den Kürbissen, die wir hatten. Oder Nico hat die gemacht. берja. Ist ja noch gar nicht. Ich hab's gesehen. Oder auf. Ich hab's gesehen.